Es ist ein verdammt mieser Trick, den er da anwendet. Doch leider fällt die 10-jährige Amy darauf herein, denn sie möchte ihrer Mutter eine Freude machen. Und das geht gewaltig schief. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Die heutige Geschichte führt uns nach Ohio und zwar nach Bay Village. Das ist eine kleine Stadt in Ohio und es ist Freitag, der 27. Oktober 1989. Dieser Fall handelt von einem Mädchen, das entführt wird. Ihr Name ist Amy Mihaljevic. Genau so spricht man das aus oder ganz anders. Amy wächst in dieser kleinen Stadt auf. Sie ist ein sehr cleveres Mädchen. Sie ist fröhlich, sie ist kein bisschen schüchtern. Sie liebt Tiere, ganz besonders Hunde und Pferde. Sie ist eine begeisterte Reiterin und sie singt im Chor. Ihre Mutter arbeitet Vollzeit. Der Vater wahrscheinlich auch. Über den gibt es jetzt nicht viele Informationen in dem Fall. Und Amy hat noch einen größeren Bruder. Die beiden sind sowas wie Schlüsselkinder, denn die Eltern kommen erst abends nach Hause. Nun, dieser Fall hat jetzt einen kleinen Hintergrund in meinem letzten Video. Es ist ein ungelöster Fall. Ich mache die ja normalerweise nicht sehr gerne, weil ich sie so unglaublich frustrierend finde. Aber das Video von letzter Woche dreht sich um einen Mann namens Joseph Newton Chandler III. Und dieser Mann wird in Zusammenhang gebracht mit verschiedenen Verbrechen. Also man weiß nicht genau, was er verbrochen hat. Man ist sich sicher, er hat was verbrochen. Und man zieht da eben jetzt Parallelen zu anderen Fällen. Unter anderem steht er im Verdacht, der Zodiac Killer zu sein. Und um diesen Mann dreht sich das letzte Video. Wenn du es noch nicht gesehen hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, es anzusehen. Wenn du dir es aber nicht anschauen willst, ist das auch kein Problem. Also du brauchst es nicht, um diesen Fall hier zu verstehen. Dieser Mann, Joseph Chandler, allerdings steht eben auch in Verdacht, mit dem heutigen Fall, mit dem Verschwinden von Amy etwas zu tun zu haben. Er ist aber bei weitem nicht der Hauptverdächtigte. Also, es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen verwirrend und durcheinander war. Ich hoffe, ihr konntet den Faden trotzdem noch folgen. Es ist also Freitag, der 27. Oktober und das ist 1989. Amy ist zehn Jahre alt. Sie würde im Dezember elf werden. Und es ist ein ganz normaler Tag eigentlich. 20 nach sieben verlässt sie morgens das Haus, so wie jeden Tag. Sie sagt ihrer Mutter Bescheid, dass sie heute ein bisschen später nach Hause kommen wird, weil sie am Nachmittag noch eine Chorprobe hat. Und dann fährt sie, wie jeden Tag, mit dem Fahrrad in die Schule. Nun, es scheint wie Ironie des Schicksals, dass just an diesem Tag in der Schule ein Vortrag gehalten wird. Es kommt ein Polizeiofficer in die Schule und das Thema von seinem Vortrag ist Stranger Danger. Also, es geht ganz konkret darum, die Kinder vor Fremden zu warnen und davor zu warnen, mit Fremden mitzugehen. Als der Unterricht kurz nach 14 Uhr endet, lässt Amy ihr Fahrrad an der Schule stehen. Sie geht mit zwei Freundinnen zu einem Shoppingcenter. Das ist ganz in der Nähe, ist ein Fußweg von fünf Minuten. Da gehen die wohl auch öfter hin. Eigentlich hat Amy ja ihrer Mutter erzählt, dass sie nachmittags noch eine Chorprobe hat. Aber das stellt sich als Ausrede heraus. Niemand weiß von dieser Chorprobe. Es gibt keine Chorprobe. Es war auch keine angesetzt. Amy hat offensichtlich andere Pläne gehabt und diese Chorprobe nur vorgeschoben. Um 15.30 Uhr an diesem Nachmittag erhält Amys Mutter einen Anruf auf der Arbeit von ihrer Tochter Amy. Und diese sagt ihr, dass alles okay ist. Nun geht die Mutter fälschlicherweise davon aus, dass Amy von zu Hause aus angerufen hat und sie versteht diesen Anruf so, dass Amy ihr sagen will, dass sie gut zu Hause angekommen ist. Das ist aber eine Fehlannahme. Zu diesem Zeitpunkt muss Amy bereits in der Gewalt ihres Entführers gewesen sein. Möglicherweise war ihr aber noch nicht klar, dass sie sich in großer Gefahr befindet. Oder der Entführer hat sie gezwungen, diesen Anruf zu machen. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass es Amys Mutter aufgefallen wäre, wenn ihre Tochter verstört oder verängstigt gewesen wäre. Erst als diese jedenfalls gegen halb sechs Uhr heimkommt, erkennt sie, dass ihre Tochter nicht zu Hause ist und auch nicht zu Hause war. Umgehend ruft sie alle Freundinnen ihrer Tochter durch und als niemand sie gesehen hat, als niemand weiß, wo sie ist, fährt sie zur Schule, um dort nachzusehen. Und dort findet sie Amys Fahrrad, das nach wie vor im Fahrradständer steht. Aber von Amy ist keine Spur. Kurz vor sechs Uhr meldet sie Amy als vermisst. Die Polizei nimmt die Suche auf und sogar das FBI wird hinzugezogen. Am Shoppingcenter finden sie auch tatsächlich mehrere Zeugen, die Amy nachmittags mit einem Mann Mitte 30 gesehen haben. Sie können sowohl den Mann als auch das Auto beschreiben, zu dem er sie geführt hat. Auch die zwei Freundinnen, mit denen sie am Shoppingcenter war, werden natürlich befragt und die beschreiben den Mann jetzt nicht so sonderlich genau, aber sie sagen, er sah so aus, als ob er Amys Vater sein könnte. Alle sagen aus, dass der Mann direkt auf Amy zuging und dass Amy ihn zu kennen schien. Also sie war zumindest nicht überrascht und die beiden unterhielten sich auch nur sehr kurz, bevor sie dann zu seinem Auto gingen. Aber Amys Freundinnen wissen noch etwas anderes zu berichten. Sie erzählen, dass Amy ihnen erzählt hat, dass sie einen Anruf von einem Arbeitskollegen ihrer Mutter bekommen hat. Dieser Anrufer erzählte ihr, dass ihre Mutter kürzlich befördert worden war und er bot ihr an, mit ihr gemeinsam ein Geschenk für sie kaufen zu gehen. Und Amy hat sich also daraufhin mit dem vermeintlichen Kollegen getroffen. Später, allerdings viel später, also erst im Jahr 2006, wird das bekannt gegeben. Ich denke, die Polizei hat es schon früher herausgefunden. Insofern stellt sich da heraus, dass mehrere Mädchen in Amys Alter, nämlich genau drei, auch solche Anrufe bekommen haben. Die haben sich aber nicht darauf eingelassen. Manche dieser Familien hat noch eine Geheimnummer. Das heißt, die Frage ist, wo hatte der Täter die Telefonnummer her? Und das könnte natürlich auch eine Spur sein. Es wird letztendlich vermutet, dass all diese betroffenen Mädchen sich in ein Gästebuch in einem kleinen Museum eingetragen haben und da auch ihre Telefonnummer angegeben haben. Ein Mitarbeiter dieses Museums gerät auch in Verdacht, aber es gibt keine konkreten Beweise. Er war früher Lehrer und auch da gab es einen Vorfall, als er sich an eine Schülerin herangemacht hat. Angeblich hat er ihr einen Liebesbrief geschrieben. Also da ist jetzt nicht großartig viel bekannt über diesen Mann. Und es ist auch offensichtlich nichts, das irgendwie ausreicht, um irgendwas zu beweisen. Relativ kurz nach diesen Befragungen verschwindet er aber auch von der Bildfläche und ist nicht mehr aufzufinden. Monate später wird er dann in einem Obdachlosenheim in Florida entdeckt. Aber nach wie vor gibt es keinerlei Beweise für ihn, die ihn da irgendwie in Betracht kommen lassen. Die Suche jedenfalls bleibt ergebnislos und das kleine Mädchen verschwunden. Drei Monate später erst wird ihre Leiche außerhalb auf einem Feld gefunden, außerhalb der Stadt. Das ist ungefähr 50 Meilen entfernt von dem Shoppingcenter, an dem sie das letzte Mal gesehen wurde. Und der Zustand des Körpers lässt darauf schließen, dass sie kurz nach ihrer Entführung schon dort abgelegt worden ist. Sie wurde vergewaltigt, sie wurde geschlagen und sie hatte zwei Messerstiche in den Hals erlitten. Ihre Stiefel, ihr Rucksack, ihre Ohrringe fehlen. Wahrscheinlich hat der Täter sie als Souvenir mitgenommen. Es wird DNA gefunden, doch sie passt zu niemandem in Emis Umfeld. Wir erinnern uns, es ist 1989. Das ist keine fortgeschrittene Technik, nicht mal annähernd. Es werden drei Haare gefunden, da ist allerdings keine Wurzel daran. Und sie müssen auch nicht unbedingt zu ein und derselben Person gehören. Also es könnten auch drei verschiedene Personen sein. Und man kann jetzt damit eigentlich noch nicht viel anfangen. Was noch gefunden wird, sind goldene bzw. gelbe Fasern. Aber auch sie können nicht identifiziert oder irgendwo zugeordnet werden. Erst 2016 gibt die Polizei bekannt, dass noch zwei weitere Dinge gefunden wurden. Und zwar in der Nähe vom Fundort von Emis Leiche entdeckten sie einen olivgrünen handgenähten Vorhang und eine Decke. Die Fundstücke lagen ein paar hundert Meter vom Fundort entfernt. Und es war wohl lange Zeit nicht klar, ob sie überhaupt was mit dem Fall zu tun haben. Erst die fortgeschrittenen Methoden der DNA-Analysen zeigen, dass die Haare, die auf dieser Decke gefunden wurden, Emis Hund Jake zugeordnet werden können. Und das erst bringt diese Decke und auch diesen Vorhang nun mit dem Fall ganz konkret in Verbindung. Beides wird der Bevölkerung präsentiert. Es wird gefragt, ob jemand diese Gegenstände kennt. Also man hat die Hoffnung, es ist ein sehr spezieller Vorhang, also einen ganz speziellen Stoff. Und man hat eben die Hoffnung, dass irgendjemand den erkennt. Er ist immerhin handgenäht und man hat halt die Hoffnung, dass irgendwer denkt, ah, den kenne ich doch, der hing im Zimmer vor meinem Cousin oder was auch immer. Letztendlich meldet sich da aber auch niemand. Die Decke ist einfach eine verschlissene, gekaufte Decke. Da wird nicht so viel erwartet von und auch bei der Decke ergibt sich eben nichts. Generell gibt es Dutzende Verdächtige. Es werden Dutzende Leute verhört und befragt. Es werden Dutzende Lügendetektortests gemacht. Aber nichts davon erweist sich als brauchbare Spur. Es tut sich weiterhin nichts bis ins Jahr 2019 hinein. Da erhält die Polizei einen Anruf. Und zwar ist eine Frau dran, die angibt, dass ihr Exfreund damals am besagten Abend nicht zu Hause war und dass sie sich sicher ist, dass er mit dem Verschwinden von Amy etwas zu tun hat. Er war an diesem 27. Oktober früher von der Arbeit heimgegangen, aber nicht zu Hause angekommen. Also er ist nicht nach Hause gekommen an diesem Tag und das war sehr ungewöhnlich für ihn. Aber gegen 22 Uhr erhielt sie dann einen Anruf von ihm und da fragte er sie, ob sie die Nachrichten gesehen hat und ob sie von dem vermissten Mädchen berichten. Es ist nicht ganz sicher, anscheinend kann man das nicht so genau nachvollziehen, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Geschichte zu dieser Uhrzeit noch gar nicht in den Medien war. Wie gesagt, wir haben 1989, da ging das noch nicht so schnell und oft wäre so ein Fall erst am nächsten Tag in der Zeitung gewesen. Außerdem lebten die beiden weniger als eine Meile von diesem Shoppingcenter entfernt, in dem Amy verschwunden ist oder vor dem Amy verschwunden ist und der Beschuldigte hat auch eine Nichte, die ebenfalls, so wie Amy, die fünfte Klasse besuchte. Allerdings wissen wir nicht genau, ob es dieselbe fünfte Klasse war oder ob er nur eine gleichalterige Nichte hatte. Die Beamten jedenfalls gehen der Sache nach und sie finden heraus, dass der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt ein gold- und braunfarbenes Auto fuhr und zwar ein Oldsmobil und zu dessen Interieur könnten durchaus auch die gefundenen Fasern passen. Außerdem passt das Auto zu der Beschreibung, die die Zeugen gegeben haben. Die Frage ist natürlich, ein goldenes Auto müsse eigentlich verdammt auffällig sein. Also warum konnte das damals nicht ausgemacht werden, wenn es Beschreibungen davon gab? Da können ja nicht so viele goldene Oldsmobile herumgefahren sein. Außer natürlich, das war gerade der große Trend. Dieser neue Verdächtige nun, sein Name wird nicht bekannt gegeben von der Polizei, der fuhr aber eben dieses Auto 1989 und 1990. Und an dem Tag, als Emis Leiche gefunden wurde, wurden die Straßen am Fundort überwacht. Das heißt, ein Beamter des FBI hatte die Aufgabe, alle Fahrzeuge, die vorbeifuhren, zu notieren, inklusive der Nummernschilder. Und es stellt sich heraus, dass das Auto des Verdächtigen tatsächlich dabei war. Das sind 50 Meilen von seinem Wohnort. Es gibt also nicht wirklich einen Grund, warum er dort gewesen sein sollte. Dieser Verdächtige nun stellt sich kurz darauf, den ermittelnden Beamten zur Befragung zur Verfügung. Zwei Tage lang wird er ausführlich befragt. Und er gibt ein paar seltsame Antworten. Auf die Frage, ob er jemals in Emis Haus angerufen hat, antwortet er, dass er möglicherweise da einmal angerufen hat, nachdem er Emis Mutter in einer Bar kennengelernt hatte. Dann sagt er, er hat möglicherweise mit Amy gesprochen, weil er sie mit ihrer Mutter verwechselt hätte. Als er dann gefragt wird, ob er davor schon mal angerufen hat, sagt er, ja, es könnte sein, dass er sich da mal verwählt hat. Allerdings, wenn man sich verwählt, weiß man im Allgemeinen ja nicht, wo man gelandet ist. Also woher weiß er, dass es Emis Haus war? Seltsam, oder? Als er gefragt wird, ob Amy jemals in seinem Auto war, sagt er, er glaubt nicht. Die Ermittler fragen nochmal nach und er sagt, okay, aber ich habe keine Ahnung, welche Situation das gewesen sein könnte. Also, das finde ich extrem komisch. Er hat das Auto 1989, 1990 gefahren. Wozu? Egal, ob er jetzt der Killer ist oder nicht, wozu sollte er denn sowas sagen? Also wäre es nicht naheliegend zu sagen, nein, sie war ganz sicher niemals in meinem Auto. Also, das Auto steht ja wohl kaum noch zur Verfügung. Das kann ja nicht irgendwie überprüft werden. Also, wozu so eine Aussage zu machen und nicht einfach alles abzustreiten? Macht wenig Sinn, oder? Es geht dann auch noch weiter. Er wird gefragt, ob die geringste Chance bestehen würde, dass man seine DNA an diesen gefundenen Gegenständen, also dem Vorhang und der Decke finden würde. Dann sagt er, dass tatsächlich an dem Vorhang seine DNA dran sein könnte. Aber es gibt jetzt keine nähere Erklärung, warum. Falls seine DNA jedoch auf Emis Körper gefunden würde, sagt er, dann hätte sie jemand dort ganz klar platziert. Hä? What? Naja, nach diesem Verhör jedenfalls stoppt der Verdächtige seine Hilfsbereitschaft. Er sollte am nächsten Tag nochmal vorbeikommen und eine Erlaubnis unterschreiben, die dem Beamten die Berechtigung gibt, einen Lagerraum zu durchsuchen, den er gemietet hat. Aber er erscheint nicht. Die Beamten besorgen sich also einen Durchsuchungsbefehl. Das Ergebnis dieser Durchsuchung wurde nicht veröffentlicht. Das ist aber anzunehmen, dass nichts gefunden würde, weil wenn sie was gefunden hätten, dann wäre er ja wahrscheinlich inzwischen verhaftet worden, was nicht passiert ist. Zwei der Zeugen, und da ist jetzt nicht ganz klar, sind das die Freundinnen von Amy oder sind es andere Zeugen? Also es gibt mehrere Zeugen, die auch gesehen haben, wie sie mit diesem Mann mitgegangen ist. Aber zwei davon erkennen den Verdächtigen, also denen werden ältere Fotos von dem Mann vorgelegt und die suchen aus mehreren Fotos genau diesen Mann, also diesen Verdächtigen heraus und identifizieren ihn als den Mann, der Amy vor dem Shoppingcenter getroffen hat. Trotz all dem reichen die Beweise offensichtlich nicht aus, um irgendwas zu beweisen. Theoretisch ist es inzwischen übrigens auch möglich, die DNA aus Haaren ohne Wurzel zu extrahieren. Man könnte also diese Haare, die gefunden wurden, untersuchen lassen. Allerdings ist dieses Verfahren sehr aufwendig und sehr teuer und es ist offensichtlich einfach zu teuer, um all die offenen Cold-Case-Fälle daraufhin zu untersuchen. Es ist aber auch andererseits noch nicht ausgereift genug, also es bleibt abzuwarten, bis die Forschung soweit ist, dass sie das großflächig und hieb- und stichfest anwenden kann und bis es eben auch vielleicht ein bisschen günstiger wird, damit sich die Polizei das leisten kann. Der Fall ist also, wie gesagt, nach wie vor offen. Es wurde niemand verhaftet. Es gibt viele Verdächtige, aber wenig Beweise offensichtlich. Und es hat auch noch ein zweites tragisches Ende, denn Amys Mutter, die nahm die Sache ziemlich schwer und nach dem Fund der Leiche, da hat sie nicht mehr lange gelebt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich umgebracht hat. Es gibt Gerüchte, dass da Alkohol im Spiel war. Vielleicht hat sie auch vorher schon zu viel getrunken. Man weiß über die Familienverhältnisse jetzt nicht so wahnsinnig viel. Auch welche Rolle der Vater dabei spielt, der wird kaum irgendwo erwähnt. Also das sind alles nur Spekulationen. Fakt ist allerdings, dass sie kurz darauf gestorben ist. Davor allerdings, also Amys Geburtstag war ja im Dezember und dann war auch Weihnachten und das hat die Familie gefeiert im Gedenken an Amy, wobei da war die Leiche ja auch noch gar nicht gefunden. Also in der Hoffnung, dass sie zurückkommt, da wurden dann auch die Freundinnen von Amy eingeladen, die das ziemlich komisch fanden und das war ziemlich ungut für die. Also einer davon erzählt nachher, dass sie dann zwar dort hingegangen ist, aber es war halt total unangenehm, weil erstens die Eltern sehr getrauert haben, ja, was ja logisch ist, und weil eben Amy einfach nicht da war. Amys Vater hingegen ist noch am Leben und er hofft nach wie vor darauf, dass der Täter gefunden und bestraft wird. Ja, das war also die Geschichte von Amy. Ich spreche den Nachnamen nicht nochmal aus. Wie gesagt, es gibt eine Verbindung, denn einer der vielen Verdächtigen war eben auch Joseph Chandler III. Aber da gibt es keinerlei Informationen, wieso der eigentlich verdächtigt wurde, außer dass er eben auch in Ohio gelebt hat und auch zu der Zeit dort war, wo Amy eben verschwunden ist. Und es gibt auch noch eine Theorie, dass Amy vielleicht nicht die Einzige war, sondern das Opfer von einem Serienkiller. Aber auch dafür keine Beweise. Ja, es tut mir leid, mehr habe ich jetzt leider nicht zu dem Fall. Ich kann keine Lösung anbieten. Ich hoffe, dass ihr die Geschichte trotzdem interessant fandet. Wenn ja, dann lasst ihr ja vielleicht ein Like da und abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt True Crime Time. Bis dann!